Wow. Was? Du hast doch mein Video geklickt? Wow. Ey, dafür bin ich dir echt was schuldig. Aber wenn du jetzt schon so weit gekommen bist, dann solltest du dir jetzt wirklich das ganze Video angucken. Also sonst wäre das ja echt schade, oder? Also ich werde heute ein bisschen Bioshock Infinite Let's Playen, mein erstes Let's Play. Ich hoffe es fällt nicht auf. Ich schaue kurz meinen Optionen nach und ja, ach, das müsste so erinnern. Dieses Spiel scheint ein bisschen episch zu sein, ich weiß es nicht, ihr habt noch nicht viel drüber gehört, aber einige sagen, wow, alter, das Spiel, man, alter Herr, das Spiel. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ja, würde ich mal so sagen. Also ich habe es noch nicht gespielt und ich habe keine Ahnung, worum es hier geht, aber ich denke mal, das wird sich alles noch später aufklären. Bokka. Bokka. Hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen! Rudern! Rudern! Die sind schon im Spiel. Dann erwartest du also, dass ich alles allein habe. Wow, ich konnte echt lange lenken. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung. Wie lange noch? Fünf Jahre. Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Okay, eine Waffe. Ein Bild. Einmal ein... Was soll das heißen? Freischlüssel? Okay. Ein Messer. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keine Sinn. Oh, ein Leuchtturm. Er wird nicht rudern wirkt. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Wow. Also die Grafik ist ja schon mal echt gut, wobei ich das eigentlich nur auf niedrig eingestellt habe. Oh. Hier wären wir ja. Er bewegt sich nicht. Das kommt schon noch. Irgendwann. Vermutlich schon. Änder was. Ich jetzt, oder wie? Oh, okay. Ja, das muss man erst mal rausbekommen. Dass man hier in der Leiter auch gehen kann. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey. Wartet jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ausdruck. Vielleicht ist ja drinnen jemand. Okay, gestrandet. Das war nicht gestrandet, aber okay. Also das Spiel scheint ja erstmal schon alles in englisch geschrieben zu sein. Leute, keine Ahnung, was das heißt. Ja, Leute, keine Ahnung, was das heißt. Hört sich voll scheiße an, aber okay. Hört sich voll scheiße an, aber okay. Da hatte jemand seine Periode. Oh, okay. Oha. Ich nehme mir mal dein Geld, danke. Ich baue es noch da unten. Glockenläuten. Moment mal diese Karte. Ja, genau das. Ja, das wollte ich gerade machen. Was in aller Welt. Oh mein Gott. Ich bin Gott. Oder die A-Ins kommen. Eins von beiden. Ich glaube, das erste ist realistischer. Was geht hier vor sich? Sag es mir. Also irgendwie. Entweder hat da jemand Blähungen oder der Mark ist auf einer Trompete. Oder auf irgend so'n Ding zu spielen. Okay. Ey. Laber mich nicht nach hier. Was soll das? So, und jetzt? Mach dich verleid, Pilger. Die Brüder dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Okay. Ich kann meinen Kopf auch um 360 Grad drehen. Ja. Och nö. Nicht die Waffe. Achtung. Der Aufstieg beginnt in 5 In 4 3 Aufstieg. Achso, es geht ja nach oben. Ja. Okay. Daran muss ich mich jetzt erst mal wieder erinnern. In Bioshock ging es ja nach unten ins Wasser. Bioshock 1. 10.000 Fuß. 10.000. Also so. Ist ja schon. Wow. Halleluja. Halleluja, ja. Ja. Was? Okay. 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 Oh, oh ja, oh, oh, cool, wie das so funktioniert. Why would he send Saviour in onto us? Ja, ich meine, so schlecht bin ich gar nicht in Englisch, aber ich hätte das Ganze dann doch lieber in Deutsch. Naja, gut. Und der Prophet soll die Menschen in den Neuen gehen. Aha. Wer ist der Prophet? Also wir haben jetzt schon mal eine Lebensanzeige bekommen. Schon mal ziemlich episch. Und wir sind frei. Mann, wo sind wir denn hier? In der Kirche oder was? Finde einen Weg in die Stadt. Oh mein Gott. Der Spross des Propheten. Oh. Also das ist schon ganz schön viel Arbeit. Wenn du jede Kerze anzünden musst, dann Respekt an den Mann, der das mal macht hier. Na ja, gut. Dann gehen wir mal in die Stadt, würde ich sagen. Wo bin ich hier? Im Himmel. Oh mein Gott. Was hat der denn an? Soll das ein Kleid sein? Ich halte dich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Geh ich mal weiter, wa? Keine Ahnung, was ist der jetzt von mir heute. Ich hab auch nicht wirklich zugehört. Weil mich sein komisches Kleid irgendwie so zu sehr abgelenkt hat. Und jedes Jahr, an diesem Tage, erneuern wir unsere Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten, Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung. Empfangt mich. Empfangt mich. Hallo, geh mal aufs Weg. Weg da. Oh mein Gott. Oh ja, bitte, 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 bitte. Der Herr. Wow, was war mit dem Kopf los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie haben alle Kopfstörungen. Ey, ich will einfach nur hier durch. Ja, mach die Maus den Weg hier, Digga. Achso, ja, ja, hm. Ja, tschüss. Ach man. Lass dich tauchen. Ah ja, hm. So komisch der auch aussehen mag. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Wird er mich jetzt umbringen, oder was? Brrrr, brrrr, brrrr. Ne. Brrrr, brrrr. Brrrr, brrrr. Ja. Lass ihn ertrinken. Dann ist er gereinigt. Oh mein Gott, ne Waffe. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Ich weiß nicht, ob ich's machen soll. Kann ich nicht einfach abhauen? Oh mein Gott. Okay. Okay. Das sieht nicht nach einem Mann aus. Okay. Nehmen die Schlüsse als Waffe, oder wie? Nein, denn Stolz er schafft keine Realität. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Erzeugen machen. Der, der ist. Ich muss mir einen markanten Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf das sie die Luft umso mehr lieben. Ich hab auch gern Lungen in der Wasser. Äh, Wasser in der Lunge. Lungen in der Wasser, alles klar. Alles klar, gut Deutsch. Wow. Voll der heftige. Komische Vogel, keine Ahnung wie die Viecher heißen. Ach ja, ich wusste es mal. Was für ein Mädchen? Hä? Wer hat jetzt was von einem Mädchen gesagt? Okay. Ähm. Ha. Aber ist schon echt episch, muss ich sagen, so eine Stadt im Himmel. Also nicht, dass ich da jetzt persönlich leben wollen würde, aber ist schon ziemlich cool. Äh, hab ich das jetzt gekauft, oder? Ich nehm's mir einfach. Oh, das ist aber eine ganz schön männliche Stimme für so einen kleinen Spatzen. Delikatessen, okay. Was, was für ein Popo? Lateinischer Popo, aha. Ja, wo muss ich denn hier hin? Burst, Ressus. Engagieren Sie niemals an Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere, launisch und unzuverlässig. Aha. Ich sage Ihnen, der Park ist mein, weit hinter der... Ba-ba-dee-du-be-da-ba. Und so. Ach hier, was war denn das hier? Hm, scheiß drauf. Ah, da war es doch schon wieder. Mensch, wo ist es denn? Da. Ach, Radio benutzen, hä? Wo ist denn hier... Oh, da, wow. Wow. Nee, 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 nee. Ich bin voll die böse Frau. Ich ziehe meinen Sohn so, wie man's muss. Schau. Ich darf nicht mit Kindern spielen. Oh, ich will es machen. Juhu. So, Leute. Ich muss jetzt erstmal einen Schlussstrich machen. Wenn es euch gefallen hat, dann hämmert doch einfach mal schön den Like-Button ein. Und wenn ihr mal Lust habt, schaut doch mal auf meinen Kanal. Da habe ich noch ein paar alte Videos um. Ich fange jetzt langsam an, Let's Plays zu machen. Und, ähm... Ihr könnt mir auch gerne twittern. Dann schafft ihr es vielleicht sogar mal in einem Video von mir, wo ich eure Fragen einfach mal beantworte. Beziehungsweise einfach mal eure Tweets an mich zeige. Ja, also, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.